Ihre Vorteile bei der automatischen Belieferung von Laminin, Digestiv, Omega oder Immun++. Die automatische Belieferung, die jeden Monat erfolgt, erhalte ich einmal eine kostenfreie Lieferung und je nachdem wann die automatische Lieferung ausgelöst wird, sogar noch ein Produkt gratis geschenkt. Dazu aber später unten etwas mehr. Zu den Produkten, die man erhält mit dem kostenfreien Shipping, sind hier in dieser Promotion diese drei Pakete aufgeführt. Das kostenfreie Shipping erfolgt also nur in diesen drei Paketen. In dem Paket Classic Advanced Pack, wo man das anklickt, im Backoffice zeige ich später, ist enthalten drei Laminindosen, A30 Stück, eine Omega Dose, 30 Stück. Im Paket Essential Advanced Pack enthält es eine Dose Laminin, eine Dose Omega++, Digestiv++ und eine Dose Immun. Jeweils mit 30 Stück. Zum weiteren gibt es noch die sogenannte Eco Advanced Pack Box. Die enthält eine Dose Laminin mit 120 Stück als sogenannte Eco-Buddle. Was dazu auch wie vier einzelne Laminindosen entspricht. Kommen wir nun zu dem zusätzlichen Geschenk. Macht man eine automatische Lieferung, bekommt man die Lieferung automatisch geschenkt. Und wenn diese auf sechs folgende Monate, also sechs Monate in Folge gelaufen sind, als Advanced Package oder eben als eines der anderen Pakete, dann bekommt man quasi ein Produkt gratis obendrauf. Und zwar im siebten Monat, wenn die Order erst bei der zweiten Lieferung erfolgt. Macht man die Autolieferung allerdings schon gleich bei der ersten Bestellung, dann sieht man hier, bekommt man dieses Geschenk, egal welches dieser drei Pakete, schon nach dem fünften Monat. Das Produktgeschenk hat etwa einen Wert von 60 bis 80 Dollar. Schauen wir uns nochmal die Bedingungen für die Auto-Belieferung und den Geschenk genauer an. Hier die Derms of Condition, also die Vereinbarung. Jede automatische Belieferungsbestellung enthält eines dieser drei Packs, die ich oben genannt habe, und wird automatisch kostenfrei geschickt. Die automatische Belieferung ist sowohl für Kunden als auch für Vertriebspartner in der USA, Österreich, Neuseeland und so weiter und allen EU-Ländern. Zu den EU-Ländern wird, auch wenn die Schweiz nicht in der EU ist, zu den EU-Ländern gezählt. Starte ich also als neuer Kunde und bestelle eine große 120er Bottle oder vier Bottle schon gleich mit der ersten Lieferung auf Autoship. Dann bekomme ich bereits nach dem dritten Monat, also sprich im vierten Monat, der Autolieferung ein Gratisgeschenk obendrauf. Ansonsten erst nach dem sechsten Monat, also im siebten Monat, das Gratisgeschenk mitgeschickt oder sogar separat geschickt. Wie bestelle ich jetzt das Ganze auf der Webseite? Ich zeige nun, wie ich als bestehender Kunde meine Autolieferung einstellen kann und dementsprechend anpassen kann. Dazu wechsle ich nun auf die Webseite. Nun bin ich hier auf der Webseite, bin bereits eingeloggt und zeige nun, wie ich die automatische Lieferung finde und einstellen kann. Über die Menüstruktur gehe ich auf mein Geschäft, automatische Lieferung und lande sozusagen hier jetzt auf diese Webseite. Mit dem Thema automatische Lieferung verwalten. Als erstes, um meine automatische Lieferung zu aktivieren, klicke ich hier und wähle das jeweilige Datum aus, in dem die Lieferung ausgelöst werden soll. Ich sage jetzt, ich möchte die Lieferung am 2.9. auslösen. Ganz wichtig zu schauen, hier steht erst der Monat, dann der Tag und dann das Jahr. Schauen wir uns nun die Produkte für die automatische Bestellung an. Unten drunter finden wir die sogenannte Promotions. Und diese Promotions für diese Produkte sind die automatischen Liefergebühren enthalten. Weiterer Vorteil, wenn ich hier nun die Advanced Pack Box auswähle, sehe ich auch gleich, dass sie normalerweise nur 105 Euro kostet plus Steuer. Und im Normalfall, wenn ich sie als Single Produkt auswählen würde, 115,80 Euro plus Steuer. Das würde also bedeuten, wir sparen schon allein bei der automatischen Lieferung nicht nur die Versandkosten, sondern sogar gleichzeitig noch 10,80 Euro als Rabatt. Daher kann ich das natürlich auch jederzeit auslösen. Wichtige Info zur automatischen Lieferung. Ich kann jederzeit von heute auf morgen eine automatische Lieferung unterbrechen, beenden, also auch löschen, ohne dass mir daraus ein Schaden entsteht. Um jetzt dementsprechend das Produkt zu erhalten, klicke ich hier oben drauf und sage 1. Und wenn ich möchte, kann ich jederzeit oben drüber noch ein Single Produkt wählen, was zusätzlich in die Lieferung kommt. Und trotzdem ist die automatische Belieferung kostenfrei. Also könnte ich jetzt zum Beispiel noch eine weitere Eco-Pudel, könnte ich eine weitere Eco-Pudel-Laminar hinzufügen. Scroll ich nun weiter unten, gebe ich hier unten meine kompletten Daten ein, wo ich das Ganze hingeschickt haben möchte. Ganz wichtig, hier unten drunter bitte noch den jeweiligen Kanton auswählen. Denn das hat schon öfters zu Problemen geführt, dass die Seite nicht abgeschickt wurde. Dann Postnachzahl, Telefon eingeben. Wer die E-Mail-Adresse eingibt, bekommt zusätzlich bei den automatischen Belieferungen, immer wenn eine Bestellung ausgelöst wird, auch eine E-Mail. So, unten drunter haben wir dann noch dementsprechend die Versandmethode, auch die bitte auswählen. Und nun können wir auch zusätzlich entscheiden, hier in dem grauen Streifen, ob wir die Zahlung bevorzugt aus dem E-Wallet machen möchten oder aus der Kreditkarte. Wichtig, das E-Wallet wird nur dann belastet, wenn tatsächlich auch genügend Geld im E-Wallet vorhanden ist. Ist das E-Wallet nicht gefüllt, dann wird zu 100% in den meisten Fällen die Kreditkarte belastet. Daher also einfach hier bitte den Haken reintun und speichern. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich das mit meinen Daten gespeichert habe und wie kann ich das Ganze dementsprechend löschen und ändern? Dazu wechsle ich nun auf die nächste Seite. Wie ihr seht, ist in meinem Konto bereits schon eine automatische Lieferung enthalten und die kann ich nun durch einfaches Anklicken jederzeit bearbeiten. Wie ihr seht, befindet sich nun hier in meinem Dashboard schon bereits eine automatische Lieferung. Lieferung und die kann ich jederzeit durch Anklicken oder durch Bearbeiten oder Abbrechen dementsprechend verarbeiten. Wenn ich hier draufklicke, werde ich natürlich gefragt, ob ich das wirklich möchte. Dann klicke ich auf Ja, um dementsprechend meine automatische Lieferung zu unterbrechen oder durch eine neue zu ersetzen. Wichtig, eine automatische Lieferung muss nicht gelöscht werden. Sie kann auch jederzeit geändert werden und dann gespeichert werden, ohne dabei die automatische Lieferung zu unterbrechen. Um damit die Frage zu beantworten, ich kann also tagtäglich oder nach jedem Rhythmus, wann ich möchte, die Inhalte meiner automatischen Lieferung verändern und neu bestimmen. So, das war's. So einfach war das Einstellen und Verarbeiten einer automatischen Lieferung. Viel Spaß und Erfolg und viel Gesundheit mit Laminein. Bitte um Beachtung, dass ich hier keine Heilaussagen machen darf und alle Informationen nur Erfahrungen von Kunden und anderen Teampartnern aus der Vergangenheit sind. Es gibt daher keine Garantie für die Zukunft, denn jeder Mensch reagiert anders. Mir liegen derzeitig keine ärztlichen Berichte vor, die von medizinischer Seite bestätigt sind. Alle Erfahrungsberichte sind somit individuelle, oftmals subjektive und persönliche Wahrnehmungen des Einzelnen. Bei Beschwerden solltest du unbedingt deinen Arzt oder deinen Heilpraktiker deines Vertrauens konsultieren. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, dann abonnieren und liken Sie und kommentieren Sie unsere Beiträge. Und somit wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Gesundheit mit Lifeharm Global Network. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.